Hallo, hier ist Yavi. Ähm, ja, der Kanal wurde 2017 gegründet und direkt 2018 kam das erste Video hoch. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Die ersten Worte waren, wieso dauert es jetzt so lang? Und ja, seitdem kamen dann mehr unregelmäßig als regelmäßig Videos hier hoch. Und wow, wir sind mittlerweile fast 20 Leute. Unglaublich. Aber nee, es ging nie um die Klicks oder um die Abos, auch wenn wir davon zuhauf hatten. Es war einfach ein cooles Projekt hier mit den Buben, einfach mal ein paar Videos hochzuladen. Ich war kein Festbestandteil von der Gruppe, also der Kanal, der hieß ja auch Exm, 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 Exm. Exm, 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 der hieß ja auch Exm, Exm, was für Ants, Mitch und MMP steht. Und ich habe halt Videos trotzdem dafür geschnitten und auch war manchmal zu Gast. Jedoch hat sich das mittlerweile ein bisschen auseinandergelebt, die Gruppe. Und ich wollte einfach mal ein kurzes Update-Video geben und hiermit eigentlich sagen, das Projekt ist beendet erst mal. Also ich weiß nicht, die Buben, der Ernst hat mittlerweile eine Familie und muss sich da halt um Haus und Hund kümmern. Der Mitch ist jetzt nach Spanien ausgewandert und verkauft da Drogen. Auf ein paar Polizeiberichte habe ich jetzt nicht viel von ihm gehört und der Mike, der hat sich, der ist untergetaucht und weiß auch nicht genau, wie es um den steht. Also man hört immer nur so Geschichten und liest viel in Büchern über Mike. Ach, keine Ahnung. Und ich bin depressiv und leg null Bett und kann deshalb keine Videos schneiden. Also ab und an werden ja noch Projekte. Zum Beispiel auf meinem Kanal kommen ab und zu noch Videos mit Ernst und Mitch. Und sonst aktiv ist nicht wirklich noch jemand, aber trotzdem verlinke ich hier am Schluss einfach mal die ganzen Kanäle. Und das war es eigentlich. Außer der, ähm... Das letzte Video hätte er eigentlich mitschneiden sollen, das ist ein Zungenbrecher. Aber, ähm, ein Mitschneider schneidet nicht Videos, die er, der Mensch nicht schneiden will. Das war ein Don't Starve Video und ich habe jetzt, da ist nicht mehr arg viel passiert, wir hatten ja eigentlich noch vor, in Höhlen zu gehen. Wenn der Part, glaube ich, 5 Likes oder so kriegt. Äh, hier habe ich noch einfach den letzten Don't Starve Part. Ähm, ganz, ganz kurz zusammengeschnitten, ganz grob. Und bei mir wird es jetzt noch Updates, äh, ab und an geben. Ähm, ich hatte nämlich noch ein paar Videos eigentlich für den Kanal, aber da wurde nichts draus. Und den Grund erfahrt ihr irgendwann mal. Vielleicht lande ich es auch einfach hier hoch. Ach, keine Ahnung. Das hier ist eh ein bisschen chaotisches Video. Ich sage jetzt einfach Tschüss. Ähm, man sieht mich auf meinem Kanal oder vielleicht bei Ernst mal oder vielleicht, vielleicht beim MMP, man weiß nicht. Oder irgendwo. Ich verlinke jetzt hier die Kanäle und hier noch das, ähm, wie heißt es? Das Don't Starve Video. Äh, viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.